und willkommen zu einer weiteren folge von let's battle minecraft normal zählt mal runter du arsch 3 2 1 0 jungen jetzt schon schon zu spät also wir haben wir haben uns dazu entschlossen jetzt zu sneaken weil wir ein kleines problem haben und zwar hat du lied hat ja eben in den chat geschrieben gestern in den chat geschrieben das ist ja schön ist uns wiederzusehen und damit dachte ich eigentlich dass er domsohn janik meint aber er meinte mich als ich an der oberfläche war und eben kannst du den table mitnehmen und eben dingens gesammelt hat und ich eben scheiße gesammelt habe so scheiße hast du scheiße gesammelt ja da ich lass nach unten gehen das war darunter gehen ja da geht es hier geht es rein das ist sehr gut dass ich heute mal ohne softbox aufnehmen da unten ist lava pass auf dass man hier runter gehen dass man hier hier schon hier schon kommst du her schaffst du es ohne runter zu fallen ja ja bin da ja ich komme mich kurz um das skeletton hier also ich habe jetzt jetzt habe ich recht ich paranoia ja komm usa muss frappa ja ich will jetzt nicht offen zu sneaken dann machst du doch nicht ja aber das ist so langsam da sterbe ich ja habe ich gesagt kannst du den den die crafting box mal dahin liegen also wir haben keine panzer schreck wir brauchen munition dafür wir brauchen eier wir brauchen eier und zwei waffen davon eines voll eine hat die hälfte und 40 habe ich auch drei magazine von so nichts verbrauchen wir überlegen gerade gleich taktisch was wir gebrauchen können taktik gibt es bei mir nicht das war ich schon ja ich weiß aber ich habe echt panik dass die wirklich hier vorbeikommen und uns wissen die haben uns aus den augen verloren die sind bei der alten bei dem alten kampffeld wo wir waren deswegen denke ich mal werden die nicht so schnell hier diese höhle finden weil die ja relativ außerhalb ist keine ahnung wo die ist aber ja ja die hülle wo wir also die hülle wo wir reingegangen sind und der eingang war halt am auf der wasserseite direkt unten am berg und das ist eigentlich relativ schwer von da beziehungsweise die meisten würden halt oben lang gehen oder innen lang gehen weißt du durch machen wir mal ganz kurz paar fackeln ja warte hier ich kann ja die hälfte von meinen geben na gut wo sind sie also wenn ich wenn die wirklich hier wären ich hätte echt panik ich bin so blöd ich hatte sogar ein stack cool kannst du mal eine wiedergeben anschlag ich bin unten das war das was 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 ich gehört was ist ich habe unter dir abgebaut also es könnte auch damit zu tun wie viele du mir gegeben hast oder das waren deine was ist hier oben hast du das eisen hier abgebaut ja okay gut ja ich bin jetzt richtig paranoia ich habe es auch in den ofen gepackt lalala 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 ich hätte eigentlich gehofft dass man sich sie nicht so schnell wieder sieht aber die waren wirklich schneller wieder da wo wir also ähnlich wasser ich habe angst vor denen jetzt ja das kann passieren ich gucke jetzt überall dreimal um die ecke ja nee wir haben ich glaube wir nehmen sowieso nur bis maximal 40 auf domenik meinte wahrscheinlich das geht doch länger aber schön dass du den leuten versagst wie lange die folgen noch nicht mir egal so jetzt geht das aber zu weit ich hatte mir vielleicht einen brustpanzer machen dann macht es doch mache ich auch du wichser was magisches ich kann doch jetzt theoretisch ein schwert da reinpacken hier kann ich nicht weiß schon verzaubert ist richtig würde ich mir jetzt gern mal sagt musste crafting table da dann würde ich mir jetzt gerne mal ein paar sachen jetzt weg wert machen ich habe noch zwei diamanten die packe ich da auch rein wir könnten auch mal allerdings ja oder gold suchen dann könnten wir vielleicht ein op gold apfel machen ich dachte das verboten nein wieso ich glaube das war nicht das ding also da dann stirbst du ja fast nicht okay also brauchen wir schon ordentlich gold für ich glaube 72 die zahl daneben bedeutet immer das was dann schärfe bekommt gar nicht die zahl daneben heißt immer welches level dafür verbrauchst das kann aber da kann aber auch dann schärfe 1 rauskommen oder so gehen woran woher weiß ich was was ich weißt du nicht die weiß ich nicht warum weiß ich das nicht haltbarkeit 1 schärfe 1 ok das kann man nicht wissen wo ist doch nicht verboten ja sie zeig ich doch ja dann würde ich mal sagen gehen wir gold fahren jetzt lasst sie doch mal alter habt ein leben wir brauchen ein von euch töten der andere ist aber trotzdem noch drehen wir nehmen den mit und wir nehmen die waffen boxen mit ich lass den ich lass das nicht umbeaufsichtigt hier und nimm du mal bitte die beiden diamanten wird also auch wenn wir inventarmangel haben nur die diamanten der rest ist eigentlich relativ unwichtig ich hätte es jetzt nicht so schnell aufgelöst ich hätte noch ein bisschen zittern lassen nein das ist gemein darf ich dich abschießen nein ok wenn du unbedingt rausfliegen willst wieso ich du ja glaub mir in dem fall sind meine reflexe 1a ich dachte du bist nicht so gut in shootern wir brauchen creeper oder ne doch brauchen wir nein baked bread ok die sind jetzt am brot backen ich dachte gerade hier wäre eine fackel aber das ist nur laber hier nur laber sagte dieser ist ja draus dieser wie nein ich bin tot was macht macht keinen scheiß ich habe einen spawner gefunden hier ist ein monster spawner ja und hier oben hier oben hier oben hier ist ein monster spawner mit skeletten das heißt hier sind in den kisten sind hier gute sachen drin hilf mir mal hilf mir mal töte mal töte mal bau dir mal ab bau dir mal ab hier ist eisen schießpulver hier ist name tag redstone brauche ich nicht schießpulver eisen ok geil du sollst den abbau neil homo ich dachte mein schiebock sorry nee nee juhu geil jetzt geht es richtig aber jetzt haben wir jetzt haben wir acht schwarz schießpulver läuft bei uns wo war unsere base ich bin übrigens komplett zu gebaut war ja aber übrigens hier ist ein loch nenne ich dass du hier rein fällst ich kenne ja dann das ist gar nicht so tief alles gut ach so dass wir hier sind zwei creeper ja komm fix ich gehe extra weit nach hinten weil ja sehr gut egal das hast du da hat sich trotzdem ein schießpulver gedroppt jetzt noch ein creeper der hat nichts gedroppt schade hier ist nicht unsere base wir müssen noch da wir müssen aber trotzdem öfter mal in die oberfläche wegen essen sonst haben wir relativ schnell kein essen mehr und darauf habe ich keinen bock siehst du und schon jetzt los und schon jetzt los mit dem essen also ich habe auch 15 ich habe auch noch 15 knochen mehl ich habe gerade in wirklichkeit übel hunger alter ich habe noch nichts gegessen aber das war immer auf achse mal immer auf achse gut alex gut okay wunderschön lol weil jetzt hier mal ein paar sachen rein die kohle könntest du die pack ich ein obwohl die zwei kannst du behalten das brauchen wir nicht mehr ich mache uns munition für die panzer faust die panzer schreck soll ich die haben oder du okay panzer schreck zwei munition oder soll ich drei machen aber bei drei haben wir kein schießpulver mehr ja was zwischen sonst noch machen okay drei stück ich meine ja nur was würde ich sonst machen wollen noch an waffen zieh mich dann hallo hör auf mit der scheiße okay so glaub mir ich würde so machen guck so das würde an meinem schwert zurück auf dich bar mit der scheiße volles essen sonst gebe ich dir jetzt noch mal zwei bäume hier und anderthalb fehlt mir warte warte bis die vier fehlen okay gut ich würde mal sagen ich würde mal sagen jetzt geht es auf die suche nach gold ich würde sagen wir machen uns auf die suche nach den anderen nein ich will gold nein ich will okay wir warten jetzt noch bis das eisen dadurch ist durch ich mache mir noch ein eisenschwert klopapier das ist aber weich das ist nicht nein die edeka werbung alter von supergeil das ist nicht creeper 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 du musst einfach rauf rennen du musst ihn einfach zwei wenn du in scherpnis scherpnis zwei eisenschwert hast ich habe nur eins scherpnis scherpnis eins eisenschwert hast dann kannst du ihn einfach auf den creeper rauf rennen und ihn zweimal hauen du in der regel haus kannst du aufhören das buch verfolgt mich kannst du aufhören gibst du mir den gib mir den entscheidenden gib ihn mir nein alex spiel nicht mit deinem leben ich wette das ist vielleicht das wird gleich wieder so enden hör auf walter ich habe nur noch drei herzen gib mir also das hat auch angezeigt dass du ihn aufgesammelt hast nein ich habe ihn nicht jetzt nimm ihn endlich in den mund so nimm bitte du mal ein bisschen kohle mit wie viel hast du ein stack kohle also ja okay ich habe 15 knochenmehl das heißt wir können uns noch eine farme machen und ein bisschen brot machen später das ist aber geil ich hab mir mein inventar für den kampf macht ich würde sagen let's go ich muss mich mal kratzen unter der achsel da gibt es bisschen nicht gewaschen und so lasst uns langsam pass auf dass du hier nicht runter verhältst der wegen ich springe runter wo ich will nein wegen den monstern weißt du ein wegen der lager ich bin hier hoch ich wurde nämlich gerade hoch du ja natürlich die lava ist natürlich jog weil ich ja noch niemand ist an der laber ist noch niemand verreckt alex richtig so hier ist die anderen hier oben da der ausgang ist dahinten hat nein hier ist der ausgang doch hier unten es ist es morgen ja nie es ist nacht es wird gerade dunkel wollen wir wirklich in der nacht raus ja nur klar lass uns oben auf dem berg schildern gucken warte da mache ich das aber so dass ich die sniper mitnehme so kommt warum auch ein block in der luft ich verstehe es nicht egal ich nehme mich jetzt nach oben ich habe angst ich habe echt angst dass wir auf irgendwen treffen ja genau ich will nicht rausfliegen ach man wir haben es über 30 folgen ausgehalten oder dieses scheiß ich schon das ist schon was die brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht ich würde sagen wir machen uns auf die suche nach essen und nebenbei gucken wir halt ob wir gegner finden oder nackt da ist ein creeper auf jeden fall zwei creeper warte da rennen wir doch erstmal direkt hin oder jetzt wieder nichts nehmen das auf der andere kommt auch da ist noch eine spinne das auftischen tnt der geht übel ab so string ich habe vier schießpäufer das heißt brauchst du für irgendeine waffe munition mp 40 oder so oder 40 für die mp 44 könnte ich mal ja gut dann packe ich dir eine schon ein verbrauch die andere auch ein bisschen wie viel ich mache dir erstmal zwei also momentan habe ich voll und das eine schon rot und das andere ist so ja ich habe jetzt zwei magazine gemacht ja das ist natürlich sehr schön so kleiner l homo so wie sie eigentlich so das ist ganz gut eigentlich naja auch die freien suchen ist irgendwie besser freundlich ok komm scheiß auf sortieren du feist rex weil er ist ja ich freund okay also wir brauchen unbedingt was zu essen weil das ist immer schneller weg als man denkt das ist die scheiße ich habe jetzt noch ein steak ja das nie nach mal als jolo mode aktiviert oder was ja du hast doch gesagt 30 folgen sind geschafft das war jetzt meine idee oh jetzt leckt die server alter das leck ich kann einfach stehen geblieben und die zombies auch ich rette dich sogar wie viele baby zombies hier sind da war aber immer fleißig hier ist noch einer ich verließe ich behalte das rotten flash erst mal wie immer halt halt ausschau nicht dass du vergisst das sage ich bin ich bin so blind ich sehe gar nichts okay gut die softbox ist doch aus theoretisch müssen sie doch was sehen können ja wenn wir draußen sind geht es auf die schnullen höhlen okay ich erst glaube ich erstmal das rotten flash bevor ich wieder normale esse das problem ist einfach du achte ich eher so darauf wo dein wo deine maus hin zeigt also dieses ich gucke null auf die maus auf das fahrzeug gucke ich null wir müssen abgestürzt ja du bist wahrscheinlich hast wahrscheinlich ein spinnenauge aufgesammelt habe ich das nämlich gerade reingeworfen hier ist noch ein darf noch ein creeper warte ich kümmere mich kurz um den creeper macht das bei mir ist das problem ich konzentriere mich immer auf vorne ich die umgebung das ist wenn ich dann die videos gucke denke ich so dann denkst du so wie konnte er das sehen ja das klatschen nicht gehört doch doch klar da denke ich mir dass noch ein grieber wie konnte ich das nicht sehen ja ich bin aber auch schon ich bin so ein mensch ich habe ja nur relativ viel mit shootern gemacht ich kann ich gucke immer ich gucke nie auf mein fahrend kreuz weil ich immer weiß wo ich hingucke also mein fahrend kreuz drauf ist wir gehen jetzt hier an der seite lang hier über dem wasser hoch ich weiß gar nicht frage mich habe ich ja der kann mich am arsch hier lecken ich kann ja weil das haben wir hier ich glaube hier oben ist wäre eine ganz gute position wenn wir ganz oben sind mein schuh ja du brauchst wahrscheinlich eh wieder zehn jahre bist du oben bist ich kenne auch deine climbing skills natürlich so ich bin oben gehört ist das gewesen ich bin da ich nicht also hier oben ist schon mal keiner leck mich doch am arsch ja darf ich nein weißt du sie schreibt gerade so zu mir ich schreibe gerade so ganz komischen smiley so ein auf was zur hölle weißt du was von ihr gerade kam sorry war nicht ja nicht was ist los mit den leuten heute so bin da übrigens von menschen krieger ich glaube da vorne schön und skelett oder so was glaubt okay das war ein skelett noch gott ich dachte gerade als jemand so ganz das geld ist so ganz vorsichtig um die ecke gegangen das ist ein bisschen gechillt ich dachte vielleicht dass das hier okay gut dann haben wir die folge noch niemanden gesehen ich sage bis zum nächsten mal freunde machte die hut und sofort und und und